Der nächste Origella. Eine App für sie, eine ganz normale. Und jetzt werde ich sie schweben lassen. Da, sie schwebt. Lass sie mal schweben, nicht immer hoch und runter. Jetzt lass sie mal so in der Luft schweben. Da sehen wir sie. Man sieht schon klar, dass sie 13 cm über seiner Handfläche schwebt. Unglaublich. Und jetzt... Und jetzt lassen wir sie wieder runter. Krass, ne?